Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, in der letzten Folge sind wir mit dem Zug losgefahren, haben uns jetzt mit Kenny unterhalten. Naja, Clementine, haben wir die Haare jetzt geschnitten. Wir versuchen sie ein bisschen, naja, zu stärken. Sie hat jetzt gelernt, wie man schießt. Die Haare haben wir kurz gemacht, damit die Zombies sie nicht angreifen können. Und jetzt reden wir mal weiter mit ihr und wir müssen nachher auch nochmal vor zu Chuck, weil wir haben ja Schnaps gefunden. Und der wollte ja mit uns was trinken. Oder hat gefragt, ob wir Wichen haben. Was, 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 was? Ich möchte mal nach... Ja, wir müssen sehen was. Ja. Hm. Ich auch. Was hatten wir doch schon. Okay, ich dachte, da kommt noch was anderes. Das hoffe ich auch, ja. So. Hier gibt's ja jetzt nichts weiter. Und sich bei dir irgendwas geändert. Hey, Ben. Hey. See you. Ja. Hm. Anscheinend nicht. Mal zu Kenny vor. Kenny, jetzt sich bei dir was geändert. Disziplin. Das ist immer der beste Plan. Okay. Das ist der beste Plan. Oh ja. Na dann nicht. Kannst du mir heute die Karte geben? Ja, 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 ja. Krieg ich bestimmt erst den Waden halten oder so. Ja, jetzt trinken wir bitte noch gemütlich. Einen kleinen Schnäppel, wa? Und dann... Wenn du das willst, wenn du es wolltest. Damn. Ich wusste nicht, dass ich es noch hatte. Danke. Willst du einen Nippen? Nee. Nein, ich bin okay. Du bist selbst. Wer in dir will, einen Trink, den ich weiß. Will do. Kenny trinkt bestimmt was mit. Aber ganz ehrlich, in der Zombie-Apokalypse sich noch die Birne zuzulöten, wo du wirklich aufpassen musst, dass du nicht weggeschnetzelt wirst. Oh, da kann ich mir die Karte mobsen. Schnell, bevor er wiederkommt. So, dann gehe ich jetzt auch noch mal kurz ja, kein Ding. Dann gehe ich noch mal Ben Bescheid sagen, dass er vielleicht auch noch mal ein kleines Beruhigungs-Schnippel trinken kann hier. Was da? Darf der nicht? Dann gehen wir jetzt zu Clementine. Warte mal, ich gehe noch mal kurz zu Chuck. Danach gehen wir zu Clementine wegen der Karte. Na, hat Kenny was gesagt? Okay. Okay. Es war ich. Huh? Ich war diejenige die Bandit-Supplies. Was? Es war meine Schuld. Was für? Warum hast du das gemacht? Sie sagten, dass sie meinen Freund haben. Dass er mit ihnen war. Nachdem ich herausgefunden habe, dass sie es nicht gemacht haben, war zu spät. Sie sagten, dass sie mich tönt haben. Sie tönt haben alle uns. Entschuldigung, Lee. Du willst noch mit mir sprechen? Was? Ich habe jetzt... Ja? Ja, ich mache das. Ich bin wirklich entschuldig. Lass uns das jetzt aufhören, okay? Was machst du hier draußen? Ich... äh... Ich könnte nicht mehr zurück da sein. Ich brauche etwas Luft. Was anderes? Ich dachte mir, dass ich mit Kenny zu sprechen habe. Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, bei Kenny... ...so labil, wie der jetzt gerade ist, würde ich das an deiner Stelle nicht sagen. Ich bin sehr ernst über dich, dass deine Fehler zu dir selbst behalten. Ich kann sagen. Du verstehst, warum, oder? Ich glaube... Du besser. Bis zum nächsten Mal. Ja. Du... Ich finde ihn trotzdem sympathisch, aber Doug könnte leben. Doug war mein... mein Bro. Das war... Das war mein... Kumpel, Alter. Mann. Clementem, ich muss dir was erzählen. Wusstest du schon? Der hat den umgebracht. Oh Gott. Äh... Er war das mit den... Er hat den umgebracht. Hi. Du, weißt du was? Ben war das. Ben war das. Der, der, der du... Der hat die Vorräte rausgebracht. Der hat die Vorräte... Und deshalb sind sie jetzt alle tot. Nein. Und weggeflogen. Puh. Total. Und weggeflogen. Puh. Total. Das Boot. Das ist unser beste Bett in Sicherheit. Okay. Aber wir sind in Savannah. Und meine Eltern waren in Savannah. Ich weiß. Schau. Nein. Ich weiss nicht über Sicherheit. Ich weiss nicht über sie finden. Ich weiss nicht über sie finden. Ist richtig. Machen wir. Wo würden wir sogar schauen? Ich kann mich daran erinnern, wo sie standen. Vielleicht sind sie nicht weit. Clementine. Bitte, Lee. Ja. Okay. Lass uns das auf der Seite herausfinden. Aber ein Boot ist der ultime Plan. Ja. Aber sie können mit uns kommen, richtig? Ja. Es sieht aus, dass wir durch die Stadt kommen kommen, wenn es nichts auf den Straßen gibt, um uns zu halten. Wir wollen ein Boot suchen. Hier. Ich erinnere mich. Und von dort haben wir alle die Savannahe nach dem Südwesten von uns. Und wir haben eine gute kleine Savannahe hier. Was denkst du? Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie da gehen. Es ist, äh... Hm. Hey. Don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the... M... M... Something... Marr. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. I think it's very good. Can I... Tell my parents? You know... Sure. Go ahead. Alright. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far... Oh shit! Hold on everybody! What's new? Baum? What's new? Oh, this would be bad. Oh, this would be bad. Petrol... Is that not... Benzin? Fuck! 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 Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying... Hmm... I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo! You keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could've just kept walking. No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. It's a wrecked tanker. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Haha, had to be recht. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now? What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh man. Hm. 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 He's down there? It's that obvious? To me. And no. He's not down there. Hm. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. I was actually incarcerated. Sick. Do you have any prison tats? I, uh, didn't make it that far. And everybody down there? They're cool? Kenny lost his wife and kid. Man. How long ago? What time is it? Uh, I don't know. Uh, four? Maybe two hours ago. Goddamn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Hm. Wir gucken mal hier. It's empty. Folks probably had their way with that van a while ago. Is this not so'n... Is this not so'n Biohazard? Also, here. Solch'n... Ach, wegen Absperrung. Oh! Ducktape! Uhu! Hey, Ducktape geht immer... Ja, genau! Na, aber... Du... It's empty! Hey! So, wer in so'ner Zombie-Apokalypse kein Ducktape mitnimmt, ja? Wenn er Ducktape findet, der... Der ist eigentlich schon verloren. Das geht gar nicht anders. Oh, da können wir bestimmt den Bolzen rausmachen mit unserem Bolzen-Entfernungs... Gerät. No, nothing. There is no way I'm pulling anything apart down there. Ja, deshalb wollte ich ja... Hätte ich ja gesagt... Hier, guck. Look at this. Wir haben Bolzen-Entfernig... Äh, Entfernigungsgerät. Ihr wisst, was ich meine. Entfernungsgerät. Wenn man das vom Zug schafft, schaffst du das auch vom LKW. Okay, hier ist nichts weiter. La, 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 la. Es ist wie... Wenn du mit dem schnell läufst, ist das wie bei Star Trek. Wenn die dann alle im Hintergrund da rumlaufen, so als wenn... Oh, ich bin beschäftigt. Wo ist das Klo? Ich hab einen Liter Apfelsaft getrunken. Ich muss aufs Klo... Warte mal, komm mal hier nochmal... Hier nochmal kurz die... Let's go talk to your people, man. Oh, me! What? Nicht gut. Am I gonna have to tell your people the plan or what? Ich geh... Ich geh schon runter. Clementine, kommst du bitte mit? Guys, this is Omid and Christa. Not big on Welcomes. Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys though. Maybe. So... Yeah. Hi. Again? You want some candy? These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about Newcomers, I say. I don't know what it is. But I could tell you two are good people. So... 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 I'll get to know the girl for a minute. If you don't mind. And why don't I show you how this thing works? In case something happens. Really kid? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. Hey, hey, Jay! They suppose there is not to die. Hi, Jack. Jack tells you to be careful about he to talk. He is coming until us just once gegen that thing. Oh, the говорer. He's now a riot, like a song. Hey, hang a hand. Are you alright? I don't understand. I can't sing. I can't sing. I am no excuse where I can do. Ho, ho, ho ho, ho ho. Sorry. Jetzt habe ich voll Country im Kopf, ey. Ich bin glücklich, dass jemand den Geist behauptet hat, den Geist behauptet. Ich bin glücklich, dass jemand den Geist behauptet hat, den Geist behauptet. Ja, ich weiß, den Spruch gibt es im Englischen nicht. Okay, Kenny wollte mir erst mal zeigen, wie der Zug fährt, und dann, glaube ich, können wir nach rechts, oder? Wieder hoch. My heart is on fire. Du gehst weg. Du fährst keinen Zug, sag ich dir doch. Machst du dich mit allen vertraut? Wie handelt, äh, habt ihr es soweit geschafft? Seit wann seid ihr von zuhause weg? Wie haben die beiden es so weit geschafft? Sie sind gefährlich normal. Krista lässt sich nicht uns in Gruppen einladen. Und ich bin ein verdammter Schrapper. Ich habe das Gefühl, dass sie dich umgekehrt. Bitte. Ich habe sie hunderte. Tente. Manchmal. Hm. Wie ahne ich, die verarschen uns. Bei unserem Glück, ey. Wie lange, seit du zuhause bist? Wie sechs Monate. Wir waren auf der Straße für eine Zeit, und dann, du weißt... Das ist schwer. Unser Katt wird schraubt. Lernen die Räume? Das kann nicht zu hart, oder? Es gibt viele Läume, die ich nicht erwarten kann. Ich habe gesagt, wenn etwas mit mir passiert wäre. Vielleicht können wir in Scheiße fahren. Wir sehen. Wir sehen uns später. Ich weiß nicht, was das noch macht. Es geht nicht. Ich habe gesagt, es geht nicht. Es geht nicht. Jackass. Ihr Idiot. Wolltest du ihm etwas zeigen? Ich versuche es zu. Wolltest du ihm etwas zeigen? Ich versuche es zu. Ich versuche es zu. Puh. Dann gehe ich halt. Dann nicht. Die ist voll entspannt. Die Musik, ey. Ich finde das gut. Da können wir nicht rüber gehen. Ah, ich kann auch wieder hoch gehen, ja. Cool. Die noch mal hoch. Können wir das? Ist da irgendwas? Was? Vielleicht finde ich ja jetzt irgendwas, was ich vorher nicht hätte finden können. Halt. Da war noch was. Oh, der passt auf. Find ich gut. Da ist kein Weg, dass ich nichts entfernt habe. Da ist kein Weg, dass ich nichts entfernt habe. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Warte, ich gehe nochmal schnell hier gucken. Dann gehen wir wieder runter und dann werden wir... Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Dann werden wir unten da mal zu dem Häuschen gehen. Mhm. Das geht doch nicht gut, oder? Das muss doch nicht entspannt werden. So eine Chilly-Milly-Erkundungsmission hier. Survivors. Oh oh. Survivors sind bestimmt nicht mehr... Was ist das? Okay. Ja, oben auf dem Dach, man. Ja, Survivors inside, sag ich ja. Müssen wir nochmal Lucky Lucky machen. Aber... Ob die noch lebendig da drin sind, das ist eine andere Frage. Müssen wir bloß mal angucken hier. Ray Brand Autoparts. Ist auch nichts weiter. Clem läuft schon mal vor. Hm. Also wenn das jetzt schon... Aber eigentlich sollten... Ich würde das mal klopfen. Ich würde... Du ganz ehrlich? Das wäre meine Idee gewesen. Nimm Clementine. Finde ich gut. Warte mal, vielleicht hätten wir erst mal gegen die Tür kloppen müssen. Okay. Ich kann es in sehen. Was mache ich jetzt? Was sehen Sie? Viele Kräte und Dinge. Vielleicht können wir die Schlüssel finden... ... oder einen Weg finden, um diese Tür abzuhalten. Kenny würde wahrscheinlich haben, dass ich die Schlüssel geklackert habe. Das könnte eigentlich funktionieren, jetzt dass wir die Zeit haben. Ich denke, ich habe es öffnet. Für real? Ich denke so. Für real? Ganz ehrlich, ich dachte gerade, Männerbude hat es gerade irgendwo geklackert. Aber war die das? Tatsache. Trotzdem erst mal gucken. Ich kann es nicht sehen. Warte mal, bevor wir jetzt da reingehen. Ich will kurz gucken, ob wir hier was sehen. Und Gabelstapler. Guck doch mal durch die Fenster. Immer erst mal durch die Fenster gucken. Nicht, dass da einer drin ist. Was denkst du, Clementine? Sollten wir reingehen? Okay. Let's go. Be careful. Ja. Wir schaffen das. Hallo. Wir sind bezahlte Schläger. Ich halte sie mit was... Mit was denn? Ich... Nee, 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 nee. Das hätten wir bestimmt gebraucht. Das Ding war in meinen Händen, statt da drüben. Es ist zu schmerz. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie gesagt, ich denke, das Ding werden wir brauchen. Ja, aber... Du kommst alleine nicht mehr zurück. Würdest du mich veräppeln? Erst mal gucken. Das ist genau das, was wir brauchen. Over there? Ja, wir brauchen, wir brauchen, wir in da und den Blattdorch zu bekommen. Ist da der Schlüssel? Wir hatten nicht viel Business, dann. Oh, wollen wir die jetzt echt da rüberschmeißen? Da geht doch irgendwas schief, ey. Wenn wir nochmal abchecken, liegt denn da irgendwo einer? Ich sehe keinen. Also durfte ja eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Ja, eigentlich. Die ist froh, dass er helfen kann, ne? Hinter dir. Geht er hin? Geht er hin, 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 geht er hin. Ich glaube in Magik. Push, push, push. Kill. Nice. Ah, wo kamen die jetzt her? Alles okay. Das erste Mal ist immer schwer. Oh, pass auf! Pass auf! Ja, ja, ist mir klar. Warum geht's ja? Nein! Du bist dreimal geschossen und Kindesau kommen. Nein, es ging nicht so gut. Aber wir sind okay. Alles ist okay. Korrekt. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, es sieht so aus. Was, wenn du nicht? Ich werde es sicher, dass die Ruhe nicht keine Probleme hat. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, du wissen, was du mit ihr gemacht hast. Ich auch. Du warst sehr tapfer. Ja. Ich bin ein bisschen schade. Es wird passen. Wir haben es. Ich gehe jetzt raus. Was haben wir gelernt? Wenn da noch was ist? Ich bin bereit für eine Kugel. Nein, Clem. Wir haben gelernt, dass alles, was wir immer tun werden, ist gefährlich. Wir werden besser, smarter und schneller. Okay? Okay. Ach gut, ich würde mich nochmal gucken, ob hier noch was... Ach, toll. Komme ich an... Kommen an dem nicht vorbei? Also ist hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Ja, Leute, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.